Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Sian Kagawa Shinobi Verses zu Kapitel 502 Ja, also in der nächsten Kampf von dieser Schulfestival Shadow So, und dieses Mal kämpft die Shiki gegen Renvidor, ähm, keine Ahnung, aber jemand stärkere aus Shibari, ja, denn diesmal kommen jetzt die ernste Kämpfe, oh yeah Ah, Shiki gegen Yagyu Hey Yaguchi, ich bin wieder da Ich hab auch auf dich gewartet, ich denke wir werden es jetzt vergleichen, was damals passiert war Das ist richtig, aber wenn ich gewinne, wirst du dich wundern? Wie ich dachte, ist das Dämonenauge nicht gerade extrem gefährlich? Deine Fähigkeit dein Auge hinter ein Augenkabel zu versiegen, Yaguchi, du bist wirklich unglaublich Das ist ein Missverständnis, dieses Auge habe ich nicht versiegelt Nein Liege ich wo falsch? Ob es eine gute oder eine schlechte Bedeutung ist, geht es wie die menschliche Erinnerung mit der Zeit Trotzdem wollte ich nicht vergessen, niemals vergessen, meine verstorbene kleine Schwester Hä? Anfangs habe ich diese Augenklappe aus Andenken für meine kleine Schwester benutzt Ich dachte, wenn ich mit einer Augenklappe meine Sicht halbide, fühle ich mich auch jedes Mal weniger an meine kleine Schwester zu erinnern Also ist das der wahren Grund, weshalb du eine Augenklappe trägst? Wenn mein Auge es merkt Der Gedanke an Yaguchins kleine Schwester ist einschaltend, nicht wahr? Nein, ich glaube, dass meine kleine Schwester dieses macht hat Weil meine kleine Schwester mir helfen wollte, ein Ninja zu werden Ja, ich verstehe jetzt, wie du dich fühlst, Yaguchi, ich war ein Idiot Dass ich glaube, ich weiß alles Ich will jetzt nicht mehr die Augenklappe haben Aber ich will stattdessen was anderes haben Was anderes? Ja, ein totales Sieg über Yaguchi Was? Ich war super bewegt durch deine Geschichte aus Person und aus Ninja Yaguchi, ich respektiere dich Aber es ist auch, warum ich nicht verlieben werde Selbst wenn ich keine Übereinstimmung aus Ninja zu gewinnen ist Ja Außerdem wäre Meister Schwarzer Schatten ziemlich sauer auf mich In Ordnung, du kämpfst für deinen schwarzen Schatten und ich kämpfe für meine kleine Schwester Ja, los geht's So, der 2. Kampf der Schulvestival Shutdown Was hat die denn für Kombo wieder, die kleinen Hexe Weiß ich gar nicht mehr So, komm schon Ist das stehen geblieben? Ah, nee So, los geht's Ah, ich hab zu langsam Hier frisst meine Sensor Kombo Ja Ja, die hat es noch drauf Ich weiß jetzt wieder Ah, ich hatte Yaguchi Spam Ich hasse diese Spam Na ja, wie in der Luft ist Schießt sie eben ihre Eisdinger Ja Und die ist äußerst nervig Seht ihr? Das ist BAM Ja Oh ja, du kannst dich auch verteidigen Was ist das? Oh Oh, nee, nee, nee BAM So So, komm schon Komm her Ja Damit ich dich zerhauen kann Und zerschlitzen Oh Mensch So Hier Hier Oh, Level Up Boah Ah, da hinten bist du auch so So, los verwandle dich Jetzt Was ich mich bis jetzt frage Was ist das für ein Anzug eigentlich Eine Britische Schulanzug oder was? Ja Das ist ein Briten aus Mein, mein, mein So 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 Yes So Hey, komm Komm her Oh, Mensch Und ich dachte, die wir das daemen So Komm wieder her Hier Und hier Hey, wie Was? Nein Was ist denn das? Ah, der Tentakelwirbel Das ist nicht lustig Autsch Aber es sieht nicht wirklich viel ab, wie ihr es sieht Autsch Och, ich will Äh So Boah Dies Ey Diese blöde Spam So, jetzt Jetzt schlage ich aber zu So Endlich komplett nachkick Oh ja, ich mag schwarze Bikinis Nein, schwarze Unterwäsche ist das Und kein Bikini Hey Hier So, dann gehen wir jetzt mal zum Mortal Kombat übel Yeah Bäm Au Hey, hey Ich wurde ja erst am Griff Au So Autsch Oh, ja, der Spam Der beschissene Spam Och, weißt du Was hier So, ja, ich kann auch blocken Äh, ich würde mal die Kamera drehen So Komm her So Jetzt reicht es Noch nicht Noch nicht Jetzt Hä, wieso kann ich es nicht Hm Ja, war ja das Also Eigentlich wenn beide im Bikini ist Ach egal, dann beende ich es so Ach so, ja So geht es Die dreifache Hinden und Po Oh, die schwarzen Werbel Ah, jetzt ist Yagyu komplett nackig Oh yeah, oh yeah So, wenn man den Gegner mit einem dreifacher Hidden Impor fertig macht, dann ist BHs und ja, die Unterhose beides zerrissen, das geilste übrigens, oh ja Ja So, ah, so schaut es doch viel geiler raus Ja, Gyuchi, du bist wirklich stark und unglaublich sexy jetzt, ja Nein, du bist Nein, du bist der Gewinner, es ist eine Schande, aber die Wahrheit, ja, die ist nackt vor mir Ja, aber es war ziemlich knapp, ich kann nicht glauben, dass ich gewonnen habe Sicherlich wird schwarze Schatten darüber freuen Vielleicht, wenn meiste schwarze Schatten mich gerade mal so fragt Warum denkst du so? Ich bin in der Schule, ich wusste sehr gut, ich wusste sehr viele Schatten zu kämpfen Ich bin ein Schatten, es ist ein Schatten, es ist ein Schatten, es ist ein Schatten Es ist ein Schatten, es ist ein Schatten, es ist ein Schatten, es ist ein Schatten Im Kampf mit einem Ninja in dem Schulfestival, verstand ich gut, ein Ninja sind nur mal Ninja, es steht nicht im Zusammenhang, ob gut oder böse Ninja Aber das heißt nicht, dass es nichts böses gibt, es ist anders aus meiste schwarze Schattens Meinung Selbst wenn, ach Mensch, selbst wenn sein Meinung anders ist, kannst du auch bestätigen wer dein Feind ist? Der Punkt ist, dass du vom schwarzen Schatten bemerkt wirst, das ist es, was ich denke Ja, das ist richtig Du bist ein toller Ninja, schwarzer Schatten wäre stolz auf dich Danke, Yagyu-Chin Ich werde versuchen, meinen Gedanken an Meister schwarzer Schatten zu vermitteln So, das war's Ach ja, und Yagyus Augeklappe, ich habe am Anfang gedacht, das sei ein Dekoration und nicht ein Dämonenauge Ja Ja Level Up Ja Ja, ich habe wirklich gedacht, Yagyus Auge ist nur so eine Dekoration wie die von Mirai, also von Heavy, Joe, ja, die andere da, die Kleine mit dem, auch mit Regenschirm, ja Habe gedacht, die Augenklappe ist nur Dekoration und nichts ist dahinter, da in dem Anime auch nichts gezeigt wurde Aber dass ein Dämonenauge hinter ist? Na ja Die Geschichte kann ja ganz heiter werden Das sage ich nur So Also dann, ja Das war's für diesen Part und wir sehen uns beim nächsten Part der Schulfestival Shutdown Also dann, ciao